ja wahrscheinlich aber nicht hallo wir sind greenpeace okay wir gehen zum truck würd ich sagen komm an dort um die marken okay die tiere mögen mich nicht warum warum nur wo habe ich den kann ist abgestellt vorne beziehungsweise hier ich warte am truck auf dich schön wie viel hier alles möglich ist ja und es ist super dumm ich werfe noch mal nun allein das ist halt auch schon super dumm einfach hufeisen werfen machen klar wir sind auf der flucht gerade ausgebrochen haben gerade ein altes ehepaar überfallen wollen noch mal reingehen und das und illegal ihren abwasch gemacht wenn wir noch mal reingehen und das ehepaar befreien ich bin unterwegs ich bin unterwegs ich weiß gar nicht wo ich bin nach hier wenn ich danach geht es wahrscheinlich weiter ja ich denke mein gott ist ein pizzerkopf es ist nicht so schlecht was du meinst nicht so schlecht hey es ist sogar ein schwarzer ich bin sicher dass es hier noch ein schwarzer ist ich weiß nicht man es ist nicht wie wir eine wähle haben wir noch die fährte nehmen müssen gut auto reparieren ich fühle schon mal das benzin auf ich habe das benzin in den wagen gestellt das ist nicht gut ich habe hier irgendwas ich habe ja so ein kran oh gott ich will erst mal den tank was bringt das dass wir fahren können benzin ist nötig um ein auto das bringt der was bringt der hahn ach so wahrscheinlich passt nur damit er ist da oben da kommen wir eben ich komme kurz auf die einen seite ja ich darüber bringen nämlich dran du kannst daran ein sehr schön und drüber geht es wir haben zugespielt dass wir können wir ich habe immer in 15 push-ups geschafft ist das auch kein problem für mich kommst nicht mehr rüber du kommst da rüber ich habe das kreuz ok da ist heute landet man immer weich ähm ok das radkreuz hast du noch er ist liegt der dom äh lifte car wo ist ein wagenheber ah hebeleisen hier oder das als ob ich das ding nicht mehr ich kann das radkreuz nicht mehr nehmen doch kannst du nein kann ich nicht ich komme ich komme gerade mal du hast eine position bei der du es nehmen kannst habe ich gerade gesehen die punkte sind ach du scheiße wir sind direkt übereinander viel spaß beim nehmen das ist exakt übereinander ja ja das klingt ja wir finden etwas um das Auto zu hoch ich glaube wir können das um das Auto zu hoch was passiert denn wenn ah was passiert ich glaube wir haben etwas verkauft ne ne das geht schon ich habe gerade eine position gehabt in der ich es nehmen konnte ich hebe mal den wagen an nein fuck das muss ich erstmal wegschieben du musst wegschieben ja das war die eine position nämlich der harten da oben du hast das radkreuz nicht mehr wir können das um schneller zu nutzen oh haha spamm jetzt mach nicht den selben fehler mach nicht den selben fehler mach nicht den selben fehler du machst den selben fehler warum legt der das ab warum legt der das ab warum legt der das ab naja das ist eine bessere position du musst damit runter laufen es ist so dumm na komm ja ja du musst dir das rein holen ich halte für dich ich halte für dich die western muss ich immer hinter uns ich meine sie passt ähm ich hebe den wagen gar nicht an ja wir müssen einfach eine lache finden wir sollten das Radkreuz bevor wir gehen ja das muss doch nicht mehr du kannst schon mal eine batterie suchen gehen ich stecke schon mal eine wir brauchen strom ah ja die funktioniert schon aber wir brauchen strom äh strom strom und benzin benzin ist schon drin aber strom haben wir nicht ja ja benzin habe ich am anfang rein gefüllt aber jetzt machen wir erstmal die stützen weg geh an die seite geh an die seite und hebe die Stützen raus gut jetzt kann ich zumindest rollen äh cool können wir echt schieben ich schieb was muss doch gehen unter den äh wenn die ja ja doch wenns äh runterwärts geht dann müsse Zündung gehen mach die Zündung an was mache ich gerade na toll ich lasse nicht gehen ich lasse nicht gehen was auch wir gehen oh Überbrückungskabel ich sehe schon wo lauf ich hier wieder hin diese Jumperkabeln könnten die Batterie ich werde nur die Hütte öffnen ok ich dachte diese zufällig sehr nützlich platzierten Überbrückungskabel oh warte Elio jetzt oh oh das heißt es funktioniert eigentlich ja ja ich sagte dir so manchmal du musst nur eine alte Hoffnung Hoffnung, hm ich dachte nächstes Mal einfach mir信 ok ja ja toll wir sind irgendwie entkommen wir brauchen jetzt deine Hilfe officer ok hurry up ich meine die haben genug Zeit aber wir müssen schnell weg er schieß ihn ich nehme ihm noch seine Pistole ab ich nehme ihm noch seine Pistole ab ja so geht's auch wir haben eure Tiere versorgt und euren Strom wieder hergestellt nicht so undankbar wir haben denen nicht mal was getan dann gut wir haben Bier gesoffen und die Kekse gefressen was sonst ich habe sogar noch deren Abwasch gemacht ich habe deren Abwasch gemacht und deren Hühner geworfen oh scheiße ich muss ich muss zielen ach du scheiße ach du scheiße wow scheiße du musst du musst gerade fahren ja ich versuch's die haben mich grad übelst weggerammt halt mir die Kops vom Leib töte sie an mir geht die Munition aus glaube ich ey der ist aber zier als mir geht die Munition nicht aus wir haben zufälligerweise exakt genug Kugeln für genau diese Situation warum fährt der immer noch das Auto brennt das Poliziauto brennt es ist GTA hier wenn es nicht explodiert ist es nicht erledigt what the das habe ich versaut ja ja guter Checkpoint nein meine Fresse Scheiße versuch du mal die Scheiße zu lenken vielleicht nicht in den Trock rein fahren so da ist ein neuer Wagen scheiße muss ja auch hupen da steht jetzt ein Wagen quer ja nö er fährt dann weiter was machst du fährst du lang Hilfe ich fahre hin ich fahre hin runter nicht mein Problem ich fahre hin runter ja what the fuck machen diese Wahnsinnigen was hast du den Kopf gerade gesehen ja ich hab die gesehen ich schieß auf die schlimmer als wir weiter ja warte zurück da schau das meine Fresse ich hab die bestimmt schon ins Gesicht geschossen durch die Scheibe wir fährten noch weiter das sind Zombie-Cops meine Fresse hey hey ich gebe mein Bestes hier ja nicht gut genug offensichtlich wird die Spudel durchgereicht sie brennen hey fahr fahr schneller wir brennen auch fast meine Fresse fucking Zombies Zombie-Polizisten die unsterblichen Cops nein ja doch da da kommen neue hier muss irgendwo ein Copsparner sein bau ihn mal ab die haben keine Scheiben mehr die haben zersplitterte Scheiben wir können noch fahren äh wir jetzt nicht aber das sind bestimmt diese selbstverhandenen Polizisten von Tesla seine Motorhaube brennt ich glaube wir haben es hoffentlich tönt sich die zwei unten geht nicht wir haben es noch nicht wir haben es noch nicht da kommen neue meine Fresse wann haben wir das mal eigentlich hier ich weiß es nicht ich kann hier kaum steuern ich glaube das aus hat sich wieder regeneriert soweit meine Fresse Spudeln sind raus wir haben ihn jetzt alle Units in der Flucht na toll wir sind an der Wand gefahren geniös stopp du bist unter Arrest steig wo du bist freund du bist okay? stopp ja ja komm 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 wir können hier wir können hier bleiben komm 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 ich bin sowieso schneller als du äh ich bin ich lebe hinterm stein danke für die Ablechung ich hab einen halben Kilometer Vorsprung komm 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 Leo komm helf mich aus diesem Boot schnell komm 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 wir fliegen im Boot vor den Schüssen wie blöd sind wir wir rudern wir rudern wir rudern wir rudern davon während die auf uns schießen wie blöd sind wir hey ich hab Sea of Thieves gespielt ich weiß wie schnell man rudern kann aber wir rudern nicht wir gleiten auf Wasser rein ganz entspannt woher ist dieses Boot wir gehen ich hab keine Ahnung aber je weiter weg desto besser ja ich glaube du bist richtig hey Vincent ja ich glaube ich habe etwas im Wasser gesehen warte hör auf zu paddeln was meinst du? es gibt keine Scherke in diesem Wasser? wie wissen Sie? es ist süßes Wasser du bist ein leckerer Typ das Wasser ist zu gering das Wasser ist zu gering das ist nicht so tief genug für Haier äh aufhören ich muss wahrscheinlich Fisch ja oder was auch Fisch wahrscheinlich 7 du wirst wirst du was ich lege nach rechts nur nach links wirklich? ich mag nicht Kalkadine wir müssen ein Stückchen weiter nach rechts äh hör auf zu rudern so ja jetzt du wieder ein bisschen weiter 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 das Wasser ist Leo ha ich glaube das so um die Ecke ja jetzt ich wieder sieht es wie unser peaceable Boot ist vorbei ein bisschen schwerer ja ja ich versuch's ich gebe mein Bestes na komm verdammt oh mein Gott der Mann rudert einfach nicht ordentlich wir sind bisher nur einmal bisher nur zweimal bisher sind wir nur zweimal bisher sind wir nur zweimal angestoßen ok du wieder oh kacke es wird nichts ne äh hier lang du ah wobei du weiter 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 wir gehen nach links wir gehen nach links wir fragen sowieso auf dem Wasserfall zu das könnte ich dir sagen wenn wir so ich weiß das ist relativ offensichtlich hey ach du scheiße hey da können wir doch nicht für ah verdammt rudert rudert ich rudert wie wild nicht wild genug sterben wir uns hier wieder durch durch wie bei rechts 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 links 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 ok wir sind tot wir sterben uns also wieder durch wie bei den text du ok ist das ein checkpoint oder sind wir wieder ganz vorne das ist ein checkpoint diesmal gehen wir rechts rum würde ich sagen rechts rum so du ich mache ja schon ich mache ja schon mehr kann ich nicht der kann man nur bestimmten sich helfen ja vielleicht sollten wir uns doch abschließen ja 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 ok bleib links jetzt sollten wir mal links jetzt sollte ich mal wechseln verdammt wir sind scheiße wir sind richtig wir sind richtig scheiße so funktioniert es vielleicht wenn wir beide wenn wir beide wenn wir beide das schaffen wir nicht das schaffen wir nicht da schaffen wir nicht da schaffen wir nicht links das war klar mein gott wie soll es gehen hey watch out some rough streams alle guten dicks sind drei und wie wir was wo sind wir wir nehmen ein bart ähm cool äh kontrollpunkt neu starten ja ok cool wenn das jetzt ein gamebreaker ist dann passt uns mit der way out nö das ist nicht gut wir machen nur von Anfang an von Anfang an nochmal na komm gut ja wir müssen uns absprechen und machen dann immer dieselbe seite würde ich sagen oder mhm was du meinst es gibt keine Scharke in diesem Wasser wie wirst du das wissen es ist süßes Wasser du bist ein cleverer Typ Leo links ja nicht ganz so links aber ich habe wirklich etwas gesehen wahrscheinlich Fisch ja egal Fisch wahrscheinlich 7 du weißt was nice du könntest du ein Krokodil wirklich? ich will dich nicht ich will dich nicht naja dann hey Vincent ja naja es gibt wahrscheinlich in diesen Wasser Leo ha welche Leute glauben das hey ich wollte nach rechts geh auf rein nein das kriegen wir hin das kriegen wir hin das kriegen wir hin ja 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 sehr schön weiter 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 sehr schön sehr schön nice vertrat vertretbar wir haben kein Schaden nur ein bisschen aber es war gut okay es war verdammt gut gut wir gehen rechts lang ne wir gehen links lang das ist die sichere links stopp stopp rechts 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 links 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 nicht nur und links 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 so viel Schaden ich glaube wir sind weiter gekommen aus bisher glaube ich nicht rechts 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 links rechts es wird hier mal wilder Das hat nur dein Kopf erwischt, das zählt nicht. So weit waren wir noch nie. Ja, sicher. Komm, das schaffen wir. Da ist der große Wasserfall. Weiter, 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 weiter. Verdammt. Das war fast kein Schaden, okay. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh kacke, 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 kacke. Oh, das hat keinen Schaden gemacht, was? Kacke, nichts, 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 nichts. Gebt mein Bestes. Mit Wasser, Rifting. Pädel, pädel, verdammt. Wasserfall, Wasserfall. Links. Wie wild. Wir sind noch nicht fertig. Steine. Links. Also rechts. Also rechts. Nee, rechts. Verdammt. Nein. Wir sind rückwärts. Hoffentlich gibt es einen Checkpoint. Da ist die Höhle. Stopp in der Höhle. Hilfe. Das schaffen wir nicht. Oh, die shit. Das schaffen wir. Nein. Ähm. Jo. Ne, Witzen. Witzen. Ja. Ich komme. Komm. Hier rüber. Ich gebe mein Bestes. Ich heiz dich. Oh, schatz. Ich hab dich gehalten. Hast du nicht. Ich komme. Ich komme. Komm. Hoch hier. Kletter. Spring. Das war knapp. Ja. Ich hole die Schätze. Ich bin okay. Uh. Let's get out of here. All right. Das war intensiv. Puh. What have you, huh? Yeah. So? What happens now? Look. I know what you're thinking. But going after Harvey won't be easy. I know. But I'm going after him. With or without you. You want to end up dead? I want him gone. He's a cold-blooded killer. The world's gonna be a better place without him. You never told me, Leo. You never told me, Leo. What is your story with Harvey? Before I got busted, me and Harvey made a huge score. Bang job. No. You ever heard of a black orlov? Are you serious? The diamond? How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck. So what happened? Everything was going our way. We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. Amen. It's all there. Count it. Looks about right. Of course it is. You can always trust me. I'm not trusting nobody, my friend. Here you go. What do you think? It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. Oh shit. Give me the case. What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo. Hand it over. Now. This is nothing personal. It's just business. Give me the briefcase. Next thing I know, I'm surrounded by cops. That's rough. I'm sorry. Well, trust me. He's the one who's gonna be sorry. I'm making things right. For me. And for my family. Hmm. So you know where Harvey is right now? I know one of his guys, Ray. He'll know for sure. So? What are we waiting for? Let's go after him. You really want to take Harvey down, huh? Well, like I said, with or without you, I'm going after him. Okay. All right. Where can we find this Ray guy? Don't worry. He's gonna be easy to find. But I need to make sure my family's safe first. Of course. Let's go. Don't go too far, Alex. I'm sorry. Mom! What is it, honey? What's wrong? Oh, shit. Alex? Alex? Leo, kann ich dir etwas persönlich fragen? Ja, sicher. Wie haben Sie und Ihre Frau gewonnen, um zusammen zu bleiben, in dieser Reihe von Arbeit? Wir haben immer zusammen. Sie wissen, sie weiß ich besser, als ich selbst. Ich war... 12. Oh, wir sind in der Orphanage. Orphanage? Du kannst sagen, dass meine Eltern nicht ihre Arbeit gemacht haben. Ich bin froh, zu hören. Nicht so. Ich kann sie nicht vergessen. Außerdem, ich war Glück genug zu haben, zu haben, Linda. Sie war verrückt. Wir haben uns zusammengekommen. Steal ice-creams, cigarettes, die Scheiße. Ich bin froh, es war uns gegen die Welt. Es ist. Es ist egal, egal was. Das ist wie es ist. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Adrian.